Du kannst auch gerade in sehr, sehr umkämpften Märkten einfach durch den Vertrieb an sich schon der Leuchtturm werden. Einfach, selbst wenn dein Produkt, also selbst wenn dein Produkt nicht das Beste ist, nicht das Günstigste, auch nicht das Teuerste, also ich sage immer so Average, Durchschnitt ist, kannst du über Vertrieb, meiner Meinung nach, einen Hebel erzeugen oder der Leuchtturm werden, einfach weil der Vertrieb so gut ist, einfach weil dein Vertrieb versteht, wer sind meine Kunden, wem kann ich Mehrwert bieten, in welcher Form, also das bestmöglichste Ergebnis für den Kunden realisieren. Dennis, jetzt hast du mir ja gerade eben erzählt, bei euch ist es sehr stark cold calling lastig, weil das ist auch das, worauf ihr euch fokussiert habt an der Stelle. Wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du würdest nochmal eine neue Vertriebsmannschaft aufbauen, was sind denn hier so, wenn es um cold calling geht, die wichtigsten Faktoren oder wie kriegst du deine Mitarbeiter auch täglich motiviert, dass die da dranbleiben, dass die Lust drauf haben, dass die vielleicht auch einen Anreiz haben? Habt ihr sowieso Rituale oder tägliche Routinen, wie ihr euch das an, wie ihr euch das dementsprechend zurechtlegt? Das ist eine gute Frage, Marvin. Ich würde auf zwei Arten, sage ich mal, antworten. Einmal, wie haben wir es jetzt gemacht? Oder wie sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind? Ich habe es eben schon angerissen. Wir haben, ich sag mal, wir haben angefangen irgendwo, in unserem Vorgespräch habe ich es ein bisschen detaillierter erzählt, wir haben sehr klassisch angefangen. Und am Ende des Tages sind wir jetzt dahin gekommen, wo wir sind, wirklich durch Best Practice. Also das, was wir jetzt machen, ist Best Practice. Das heißt, wir haben Dinge ausprobiert, die haben mehr oder weniger gut geklappt. Die guten Dinge haben wir implementiert. Die Dinge, die nicht so gut funktioniert haben, haben wir weggelassen. Gerade im Cold Calling viele, ich sag jetzt mal, Pitch-Variationen ausprobiert. Was funktioniert in welcher Konstellation von wirklich, ich sag jetzt mal, Dirk Kreuter, Merkmal, Vorurteil, Nutzen, Argumentation, ganz klassisch, bis hin zur Helden-Geschichte, was ich eben auch schon gesagt habe, 2017 gestartet mit der Idee, den Markt aufzumischen, frischen Wind reinzubringen. Wirklich vom bis, haben da im Prinzip so ein paar Dinge rausgepickt, wo wir sagen, die haben anhand der Zahlen auch gut funktioniert. Da vielleicht der Tipp fangt von Anfang an, an die Zahlen auch zu tracken. Also wie viele Calls setze ich ab, wie viele Entscheider erreiche ich. Das ist ein Kriterium bei uns tatsächlich. Gut, da muss man jetzt überlegen, wie definiere ich Entscheider am Ende des Tages oder Netto-Calls. Falls ich das da mal reingreifen darf, jetzt im klassischen Personalberatungs-Business, ja aus Erfahrung heraus, wurden ja immer die HR-Entscheider targetiert in der Vergangenheit. Macht ihr das auch so oder geht ihr über die Fachabteilung? Also klassischerweise, was glaube ich sind, also ich mache das ja auch erst seit drei Jahren, klassischerweise sind es ja glaube ich die HR-Entscheider gewesen, irgendwann mal. Dann sind die Personalberater drauf gekommen, haben gesagt, Mensch, das Budget sitzt ja eigentlich eher in der Fachabteilung. Gerade die spezialisierten Dienstleister, IT, die rufen dann eher beim IT-Leiter an, was auch immer. Wir sind tatsächlich wieder weg von den Fachabteilungen. Okay. Nicht komplett, das kann man jetzt pauschal nicht sagen, sondern wir knüpfen eher im Recruiting an, also im HR oder Recruiting, einfach weil unser Ansatz auch ein bisschen strategischer ist. Das bedeutet, wir sind ja spezialisiert auf die Kerndienstleistung Direktansprache und haben eben jeweils Fachexperten für Vertrieb. Wir haben uns einen neuen Kollegen, der sich um IT beispielsweise kümmert in der Ansprache und unser Modell kann halt flexibel genutzt werden. Das bedeutet, kann für Vertrieb, kann für IT genutzt werden. Deswegen macht es für uns nicht ganz so viel Sinn, nur die Fachabteilung zu sprechen. Aber am Ende des Tages geht es bei uns darum, das Buying-Center zu erschließen. Ich glaube, es ist auch ein Thema bei eurer Zuhörerschaft, Buying-Center weiß man, glaube ich, was mit anzufangen. Und da können verschiedene Akteure drin sein. Wir haben so drei, vier für uns definiert. Einmal klassisch Recruiting als Ansprechpartner, also wirklich klassische Recruiterin, die das operativ macht. Dann so ein bisschen andere Positionen, Personalreferent, HR-Manager, die dann eher ein bisschen generalistischer sind, aber auch oft Recruiting mit beihaben oder zumindest da mitentscheiden. Dann die Personalentscheider natürlich, also HR-Leitung, Head of Recruiting als noch ein Ansprechpartner, Geschäftsführung natürlich und dann teilweise auch die Fachbereiche. Da müssen wir eben schauen in einem Erstgespräch, wer ist da wirklich mit drin, wer trägt zu der Entscheidung mit bei, mit wem muss ich noch sprechen, wer kriegt Infos von uns. Deswegen, wir knüpfen im Recruiting an und dann öffnen sich je nach Grunde ganz verschiedene Türen. Verstehe, weil es ist natürlich immer so ein bisschen, also ich nehme es jetzt mal aus meinem Beispiel, wenn ich jetzt jemanden suchen würde für mein Team, dann möchte ich definitiv an so einem Meeting dabei sein, weil ich natürlich die Fähigkeiten, die ihr dann im nächsten Schritt auch suchen sollt, gezielt euch mitteile. Das reicht nicht nur, dass das auf dem Papier steht, sondern ich möchte das Ganze erklären. Dementsprechend war ich jetzt immer davon ausgegangen, okay, zumindest ein Input aus der Fachabteilung ist wichtig. Da, also klar, logisch, ich glaube, da haben wir so ein Stück weit aneinander vorbeigeredet. Ich habe jetzt gerade von dem vertrieblichen Part gesprochen. Wir haben ja einmal den Vertrieb und wir haben einmal das Recruiting, die Kollegen, die dann operativ die Projekte auch umsetzen. Okay, und das wird dann über die Fachabteilung? Genau, und da sind in der Regel, entweder macht es nur die Fachabteilung oder Fachabteilung mit Recruiting, seltener Recruiting an sich. Also die Skills nachher im Briefing, das macht dann schon die Fachabteilung, aber nachher, wenn es darum geht, dem Kunden unseren Service, den Service zu implementieren, beziehungsweise erstmal zu schauen, können wir Mehrwert bieten, wenn ja, wo ist der? Ja, da gibt es natürlich für uns im Vertrieb mehrere Ansprechpartner. Und da ist es eben nicht, wie bei oft den spezialisierten Dienstleistern, der Fachbereich, sondern oft eben auch, oder in der Regel eher Recruiting, gepaart mit Fachbereich, Geschäftsführung, das ist so der Klassiker. Ja, auf der anderen Seite auch so, ihr könnt ja alle Bereiche abbilden, wie du gesagt hast, deswegen ist das eine zentrale Anlaufstelle, macht ja definitiv Sinn. Genau, richtig. Und vielleicht um das Thema Cold Calling auch nochmal abzuschließen, das, was wir jetzt machen, Best Practice. Was wir natürlich haben, sind so eine Routine, wir haben Daily Meetings, also wir machen viel mobil, also ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, 80, 90 Prozent mobiles Arbeiten, Remote Work. Und da haben wir halt so einen Daily Call jeden Tag morgens. Wir haben angesetzt, zehn Minuten, glaube ich, oft sind es eher 15 bis 20, weil wir noch ein bisschen quatschen. Aber das ist so ein Ankerpunkt, wo wir einfach auch nochmal sagen, okay, was hat gestern gut geklappt, was hat vielleicht nicht so gut geklappt und was will ich heute erreichen? So die drei Fragen, wo dann auch der ein oder andere nochmal so eine Success Story von gestern erzählt und sagt, ey, gestern hat dies und jenes gut geklappt und funktioniert. Oder man feiert auch mal Erfolge, ne Mensch, gestern neuer Deal und so weiter. Das ist so ein Ankerpunkt. Dann haben wir montags immer Einzelcoachings, wo wir dann individuell nochmal wirklich auf jeden Mitarbeiter eingehen, gucken uns die Zahlen an, gucken uns an von den Gesprächsleitfäden, nenne ich es jetzt mal, wo ist da vielleicht Verbesserungspotenzial. Plus, was wir auch noch haben, ist jeden Freitag ein Workshop, nenne ich es immer, wo wir uns ein Thema rauspicken und da drüber ganz gezielt sprechen und dann auch so ein bisschen Brainstormen machen, Ideen sammeln. Das sind so die Ankerpunkte, Motivation, zusätzlich einfach auch durch, ja mal einen Anruf zwischendurch. Ich bin eher so der Typ, ich mache so zwei Stunden Mittagspause, in Anführungsstrichen, bin nicht am Rechner, aber telefoniere dann halt mit meinen Mitarbeitern und sage, ey, wie läuft es bei dir und so weiter. Das sind so die Ankerpunkte, die wir da haben und auch untereinander, dass man sich mal zum Telefonieren verabredet, auch in Remote-Zeiten, funktioniert gut. Also alle, die es mal ausprobieren wollen, macht Zoom auf, macht Teams auf oder Rebex, was auch immer. Ihr müsst darauf achten, dass das Headset nicht mit dem PC und dem Handy gekoppelt ist, ganz wichtiger Punkt, aber einfach vom PC entkoppeln und dann ist es so, als wenn ihr im Büro nebeneinander sitzt und telefoniert, da habt ihr auch so ein bisschen diese Sales-Stimmung, die dann aufkommt. Das sind auch so, weil es letztens ausprobiert. Und wie würde ich es jetzt machen? Ich würde ein bisschen anders rangehen. Ich würde tatsächlich anfangen, ein bisschen strukturierter gleich von Anfang an ranzugehen, ein bisschen durchdachter mit Gesprächsleitfäden, beziehungsweise halt so ein Baukastenprinzip, dass man gewisse Parts hat und jeder so in seinem eigenen Sprech, aber dass man da schon relativ strukturiert anfängt, ein bisschen strukturierter das Erstgespräch macht, also generell mehr Struktur von Anfang an reinbringen und nicht so viel Try and Error. Das wäre so das, was ich anders mache. Aber jetzt von der Erfahrung, als du die Erfahrung gemacht hast, sind wir so ein bisschen dahin bei dir. Genau, deswegen das, was ich vorhin meinte, wie haben wir es gemacht und wie würde ich es jetzt machen? Ich würde es halt ein bisschen anders machen. Ich würde es ein bisschen strategischer, ein bisschen strukturierter, ein bisschen prozessorientierter angehen, aber das Ziel oder das Ergebnis ist das Gleiche. Okay, aber du sagtest jetzt auch vom Cold Calling an sich, das wäre jetzt so ein Kanal, Ihr nutzt aber je nach, du hattest gerade eben, ich glaube skandinavisch, was war es, skandinavische? Kulturvereine von Skandinavien in Deutschland. Genau, so war es, so war es. Andere Kanäle dementsprechend, nutzt ihr sowas wie LinkedIn, Mailings, diese Kanäle auch oder ist es primär Cold Calling? Musst du halt, also im Recruiting natürlich viel, viel mehr, im Vertrieb teilweise auch. Okay. Ich sage mal so 80, 90 Prozent Cold Calling und 10 bis 20 Prozent, je nach Mitarbeiter auch, muss man sagen. Auch über LinkedIn, wobei da bin ich tatsächlich der Einzige aktuell, das machen meine Kollegen nicht so, aber über Mailings arbeiten wir auch viel, so mit Templates nicht tatsächlich, also wirklich individualisierte Mails. Ich habe beispielsweise auch Kunden gewonnen, die ich mit einer kalten E-Mail angeschrieben habe, einfach weil ich sie extrem individualisiert habe und fünf Minuten später einen gebuchten Termin hatte, das machen wir schon, aber primär Cold Calling, ja. Okay. Ja, weil wir haben jetzt die letzten Monate, haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass so ein individualisiertes Video zum Beispiel, wir hatten das Ganze über Vidyard mal probiert, dass das einfach ein großer Hebel auch ist, wo die Leute sagen, ja, ich habe wirklich was sehr Persönliches. Sie kriegen zum Beispiel eine E-Mail, ja, wo so ein erstes Thumbnail schon drin ist, wo man sieht, da bewegt sich was, aber der ist irgendwie auf meiner Website, also die Website im Hintergrund zu lassen. Und in dieser Ansprache direkt schon auf den Use Case oder auf eine aktuelle Relevanz oder sowas anzuspielen, ist bei euch sowas auch schon umgesetzt worden? Oder habt ihr sowas mal angedacht, so in die Richtung Videocalls zu gehen? Nee, umgesetzt noch nicht. Umgesetzt noch nicht. Angedacht ja, da mangelt es jetzt einfach an Priorität gerade. Wir haben gerade noch ein paar andere Prioritäten, aber das ist deswegen, ich persönlich, beziehungsweise wir als Sales Team haben uns ja auch bewusst, auch da wieder ein bisschen differenziert von dem klassischen Berater-Business. Nennen wir uns jetzt Berater, nennen wir uns Consultants, wir haben uns ganz bewusst Sales auch im Titel mit genannt, weil ich finde es wichtig im Selbstverständnis, es geht hier um Verkaufen. Ich glaube, jeder, der hier zuguckt, weiß, dass Verkauf, Vertrieb ist nichts Schlechtes. Es geht darum, Kunden Mehrwert zu bieten, zu schauen, wem kann ich Mehrwert bieten und dem Kunden dann auch Mehrwert zu bieten. Darum geht es für mich im Vertrieb. Deswegen haben wir Sales auch im Titel drin, aber wir haben dieses Sales Development, das, was ihr auch nutzt, einfach weil für mich Sales aktuell zwar viel Cold Calling ist, aber nicht nur Cold Calling und zukünftig wahrscheinlich auch vom prozentualen Ansatz her, das auch sich nochmal verändern wird. Und eben genau diese Wege, LinkedIn, Mailings, Videoakquise, Audioakquise, ob es jetzt Audionachrichten sind. Gut, die meisten sind wahrscheinlich kein Fan davon, aber auch da gibt es, denke ich, Use Cases, wo es funktioniert. Es gibt ja extrem viele Möglichkeiten, auch klassische Messe. Ich glaube, das habe ich jetzt letztens in einem Beitrag auch wieder gelesen von den Daniel und von Alivello. Messebesuche, cool. Also habe ich vorher auch gerne gemacht vor Corona. Auch ein Thema. Und das ist für mich Sales Development bei allen Kanälen. Ich glaube, im ersten Schritt geht es immer um einen großen Punkt. Und ich hatte das mit dem Soran Katisch letztes Mal besprochen. Es geht darum, dass du der Leuchtturm bist unter dem ganzen Nebel. Wenn am Tag, und wir machen es jetzt mal an dem Beispiel fest, der HR-Mitarbeiter 30 Calls von Personalberatungen bekommt, dann muss dein Call entweder super gut sein, dass er sagt, oh, das war was Besonderes, mit dem mache ich einen Termin aus. Oder es muss ein Video oder irgendwas Besonderes sein, wo er sagt, oh, der hat sich wirklich mit mir auseinandergesetzt, mit meinen Problemen aktuell. Dann lässt sich schon auf den Pain schließen. Und dementsprechend hat er mich angesprochen. Das fand ich super cool. Und um dieser Leuchtturm zu sein, sind so ein paar Voraussetzungen natürlich zu geben. Unter anderem halt auch das eigene Branding. Der eigene Personenmarke aufzubauen zum Beispiel. Wenn die auf LinkedIn gehen und sehen, hey, der hat schon mit sehr, sehr vielen Ähnlichen den ähnlichen Use Case abgebildet. Das schafft Trust. Da stichst du auch wieder raus. Also es geht alles in diese Richtung Leuchtturm. Das ist immer so ein sehr, sehr schönes Bild, um das zusammenzufassen. Ja, das finde ich auch. Und ich glaube, das hatten wir auch eben schon im Vorgespräch so ein bisschen thematisiert. Wie kann man denn Leuchtturm werden? Klar, man kann es irgendwie über einen USP werden und darüber so ein bisschen herausstechen. Aber du kannst auch gerade in sehr, sehr umkämpften Märkten einfach durch den Vertrieb an sich schon der Leuchtturm werden. Einfach selbst, wenn dein Produkt nicht das Beste ist, nicht das günstigste, auch nicht das teuerste, also ich sage immer, wenn es so average Durchschnitt ist, kannst du über Vertrieb, meiner Meinung nach, einen Hebel erzeugen oder der Leuchtturm werden, einfach weil der Vertrieb so gut ist. Einfach weil dein Vertrieb versteht, wer sind meine Kunden, wem kann ich Mehrwert bieten, in welcher Form, also das bestmöglichste Ergebnis für den Kunden realisieren. Selbst wenn die Dienstleistung Durchschnitt ist, hast du über den oder das Produkt über den Vertrieb einen enormen Hebel. Also wirklich vertriebsorientierte Organisationen sind da unternehmerisch gesehen erwartungsgemäß oder erfahrungsgemäß auch einfach besser unterwegs als die, die versuchen, sich nur über ihr Produkt oder ihren Service zu differenzieren. Unterschreibe ich sofort. Also einen großen Punkt, den habe ich mir dementsprechend auch auf die Fahne geschrieben, ist, wenn du Verkäufer bist, dann solltest du eher den Ansatz verfolgen, charismatisch die Leute, also ein charismatischer Consultant zu sein am Ende des Tages. Dass der andere auf der anderen Seite sagt, hey, der wollte mir jetzt nichts aufschwatzen, der wollte mich einfach nur sehr sympathisch, authentisch hat er mich beraten und hat mich und meine Lösung hat er unterstützt oder hat eine Lösung für mein Problem gefunden. Und das ist so der Hauptaspekt. Ja, und es kann halt auch sein, dass ich auch, ihr macht ja auch, wir arbeiten in einem ähnlichen Prinzip. Manchmal stelle ich auch fest, okay, das wird wahrscheinlich nichts. Also dem kann ich nicht helfen beziehungsweise der Aufwand, dort auch reinzukommen beziehungsweise den richtigen Use Case zu finden, wenn es den überhaupt gibt, der wäre so riesig und wahrscheinlich würden die den, wenn sie ihn selbst erkennen, sogar auch selbst schnell abbilden können. Dann sagt man auch, gut, Mensch, Teurer, dass wir gesprochen haben, ich glaube, hier wird das nichts, kann ich nicht helfen. Und das ist dann auch in Ordnung. Dafür gibt es eben ganz viele andere, denen ich eben helfen kann. Und das zeigt Größe. Ja, und mir geht es immer darum, Mehrwert zu schaffen. Das klingt immer abgedroschen, klingt immer blöd, auf LinkedIn auch immer alle Mehrwert und blablabla. Aber am Ende des Tages geht es im Vertrieb für mich darum, Mehrwerte zu schaffen für den Kunden. Deswegen ist Vertrieb auch eine super Sache. Und jeder, der sagt, Vertrieb ist irgendwie was Anrüchiges oder was Schleimiges, Schmieriges und so, hat, glaube ich, noch nie guten Vertrieb und vernünftigen professionellen Vertrieb erlebt. Bin ich vollkommen bei dir. Bin ich vollkommen bei dir.